Den Laser habe ich im Griff, den hier habe ich überhaupt nicht im Griff. Also ich versuche nur einfach halbwegs das richtig zu machen, aber wenn hier ein bisschen eine Böe kommt, dann steigt hier der Louvre Rumpf gleich um, ich weiß weiß nicht, vorher glaube ich drei Meter an. Das ist schon ein bisschen ein anderes Gefühl. Das ist eine ganz andere Maschine hier. Ich mache das gar nicht perfekt, aber ich versuche das natürlich so gut wie möglich zu machen, aber ich muss sagen, das ist unheimlich interessant. Das Teamwork, also man versteht, so viele Beteiligte ist um die Kraft so schnell wie möglich das Beste von Natur, das Beste von Wind rauszukriegen. Jetzt nur beim hier reden habe ich schon ein bisschen Schwung verloren. Tut mir leid, ich muss auf das Richtige hier konzentrieren. Das ist so anstrengend. Also das ist ja so ein bisschen, glaube ich, aber wir haben ja kaum Wind, aber das ist ja trotzdem so anstrengend, wenn da nicht drei Leute sind mit so einem Oberarm. Ich warte auf die nächste kleinere Böe und dann geht hier gleich wieder richtig was ab. Das ist richtig cooles Gefühl.